Die Wiener Austria gewann mit Do & Co. den weltweit größten Sport-Event-Gastronomen für sich. Do & Co. wird bereits ab Sommer 2016 alle VIP-Gäste und ab 2018 in der neuen Generalier-Ringe alle Stadionbesucher kulinarisch verwöhnen. Am vergangenen Donnerstag fand die Präsentation in der Wiener Stadthalle statt. Also das Erste ist, dass es sehr wichtig ist von unserer Seite her zu sagen, dass wir dankbar sind, dass die Austria uns ausgewählt hat. Es hat erst Gespräche gegeben, die dann relativ schnell in der gleichen Chemie gemundet haben, im wahrsten Sinn des Wortes, dass wir über Qualität sprechen. Für uns ist der wichtigste Punkt, dass unser Gegenüber langfristig denkt und wirklich in Qualität investiert, weil nur aus dem kann man zufriedene Besucher und Fans letztlich haben und die wiederum sind die Basis, auch hier wirtschaftlich etwas dazu beizutragen, dass man sportlich auch weiterkommt und in dem Sinn sprechen wir die gleiche Sprache. Ich frage mich, dass es passiert ist und ich hoffe, dass wir niemanden enttäuschen. Ja, ich glaube, dass VIP und Hospitality in den letzten Jahren immer bedeutender geworden ist und heute Abend hier in der Stadthalle zeigt sich beeindruckend. Wir haben knapp 1000 Gäste hier in die Halle bekommen, viele Firmenkunden, die schon bei der Austria sind, aber auch viele Neue, die sich für dieses Konzept interessieren und denen gilt es Rahmenbedingungen zu bieten, dass sie dann Partner der Austria werden, weil dieses Konzept natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Finanzierungssäule für die Zukunft des Klubs ist. Eben nicht nur für den VIP-Bereich, sondern für den gesamten Klub, um ordentliche Budgets auch für unser Core-Business den Fußball zu bekommen. Und deswegen wird dieses Thema immer und immer wichtiger. Das wichtigste Zauberwort heißt Qualität in allen Ebenen. Das heißt, wir versuchen, egal ob wir im Public-Bereich sind oder im VIP-Bereich sind oder in den Skyboxen, jeweils das bestmögliche gemeinsam mit der Austria als Produkt zu liefern. Und wir werden uns mit Herz und Seele reinhauen. Es ist ja nicht nur das, was sie essen, sondern wie serviert wird, wer serviert, wie man jemanden betreut. Und ich glaube, wenn man alles hier zusammentut, ist es ein sehr schönes Erlebnis. Ja, ich glaube, dass es ein großer Erfolg für die Austria ist, einen Partner wie Do&Co gewinnen zu können. Es ist sicherlich ein österreichisches, ein Wiener Unternehmen oder das von Wien sozusagen in die Welt hinausgegangen ist, das heute Weltmarktführer ist im Sport- und Eventcatering. Ich konnte mich selber vor zwei Tagen in einer vollen Münchner Arena bei FC Bayern gegen Werder Bremen davon überzeugen, wie bei 75.000 Besuchern, 6.100 VIP-Gäste und aber auch das Publikum super bekettert wird. Und das ist das, was wir uns erwarten. Jetzt einmal im Happel-Stadion im VIP-Bereich, aber dann in der neuen General Arena am Matchtag fürs Publikum, für die VIPs, aber auch an den anderen 365 Tagen, wenn man so will, im gesamten Jahr mit vielen und vielen Veranstaltungen von der wichtigen Vorstandssitzung bis zur Produktpräsentation. Es ist halt ein Gesamterlebnis, wo man nur die Mosaiksteine alle zusammentun muss und man kann nicht sagen, nur der eine Teil ist gut genug. Vom Eintreffen im Stadion bis zum Wegfahren aus dem Stadion muss eigentlich jeder Teil funktionieren, vom Licht, vom Essen, von der Art, wie sie betreut werden und letztlich, wie die Mannschaft spielt natürlich. Aber wir können hier ein bisschen verstärken, wenn sie gewinnt in der Stimmung und wir können ein bisschen trösten, wenn es vielleicht manchmal nicht so gut läuft. Ja, wir haben, wie es ja heute Abend sehr klar dargestellt wurde, wirklich viele Reisen gemacht, viele Benchmark-Analysen gemacht und haben dann einfach eine Ausschreibung gemacht, sind mit vielen Firmen ins Gespräch gekommen, haben das sehr lange analysiert. Und ich kann mich sehr gut ans erste Gespräch mit dem Attila Togo dann erinnern, wo du ja, der macht Formel 1, der ist beim FC Bayern, der macht das Champions League-Finale, der macht die Euro. Aber wir haben gemeinsam einen Spirit entwickelt, dass wir einfach gemeinsam was entwickeln können. Und ich glaube, das ist das, was ihn selbst, aber auch seine Leute bei Don Co. reizt, dass wir gemeinsam etwas entwickeln können, weil er sehr oft, das hat er mir erzählt, damit konfrontiert ist, ins Stadion zu kommen und dort einfach Fehler passiert sind. Ja, das geht, wie sind die Logen konzipiert, aber wie sind auch die Kioske konzipiert. Und das können wir in der Phase, weil wir hier komplett neu planen, mitnehmen. Und da ist sicherlich einiges möglich. Und wir wollen einfach in Zukunft das schöne, sichere Stadionerlebnis für die gesamte Familie bieten. Und da ist eben Essen und Trinken und das Wohlfühlen des Networking sehr, sehr wichtig. Was wir gelernt haben in vielen Europameisterschaften, das ist die vierte jetzt in Frankreich, die wir machen, beziehungsweise bei Bayern München, ist, dass wir wissen, wie heute in einem modernen Stadion, wie Gäste oder wie das Umfeld sein sollte, wo sich Gäste besonders wohlfühlen. Und es ist, wie gesagt, ein Gesamterlebnis, weil der Stadion nicht nur für die Matchtage, sondern auch außerhalb der Matchtage verwendet werden soll. Und es ist ganz wichtig, dass es eine flexible Infrastruktur ist, die eigentlich alles ermöglicht, was man benötigt. Und insofern hoffe ich, dass es ein wirklich einzigartiges Erlebnis wird, in jedem Fall in Wien im richtigen Stadion. 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 Stadion.